ja hallo und herzlich willkommen zu dieser ausgabe let's play world of tanks und heute haben wir ein replay vom wz 111 model 1 4 in dem fall von mfg tissi eingeschickt vielen dank an dieser stelle dafür und wir haben ein neuner achter matchmaking karte ist polargebiet und wir haben hier die standard ausführung ja jetzt schauen wir was er hier reißen kann er hat ihn noch in dem fall ohne gun mark also von dem her vielleicht ein etwas frischerer panzer also könnte natürlich hier die runde dafür sein aber könnte sich auch nach hinten losgehen und wir gehen mit 500 damage runde nach hause wobei ich glaube so naiv ist keiner mehr jeder weiß mittlerweile dass das dementsprechend schon hier was rum kommen sollte im replay ja die route ihrer jetzt fährt ist erstmal die eher klassische variante erfahrt hier auf die heavy position sage ich mal also hier dieses gebiet ist immer definitiv das heavy gebiet hier oben lights und mediums da sind die tds in der regel also da ist die karte schon sehr standardisiert mittlerer weile aber erfährt hier nicht unten lang sondern er fährt hier erstmal hoch und da macht auch schon direkt die ersten gegner auf und den chrysler den kann er auch mit seinem normalen gut durchschlagen 244 hat er nämlich durchschlag premium würde dann sogar noch mal ein wenig mehr nämlich 340 aber wie gesagt chrysler geht auch so so jetzt muss aufpassen der gegnerische bz der hat hier besser gearbeitet und hat hier da ihn aufs korn genommen so da jetzt vielleicht auf die kommandanten kuppel ja da hat er sehr schön drauf geschossen und da gleichen 490 roll gemacht so muss es natürlich sein da freut sich das herz darüber den nächsten schuss direkt noch mal ohne hat sogar gesessen aber leider kein durchschlag aber der hätte perfekt getroffen holy moly die muss man auch erstmal so zu sitzen natürlich so ihr seht schon die halten hier eigentlich erst mal zu zweit so hier vorne wie so ein bisschen auf was natürlich sehr gut ist dass er hier oben steht so kann der gegner hier nicht einfach rumdrücken und auf den oho nämlich drauf war das passiert dann doch ganz gern und da schießt er jetzt einfach mal zwischen den turm also der war natürlich jetzt nicht so perfekt getroffen aber auch die muss es mal geben und da sitzt er wieder 1.400 damage und jetzt kommt der type 4 da hinten da muss jetzt aufpassen das ist genau die situation wenn eine seite durch bricht dann wird schwierig sehr schön und sehr wichtig dass der chrysler da zerstört wird da oben drücken sie gott sei dank nicht vielleicht sollte er erst erst einfach auf den type 4 da gehen da kommt nämlich super drauf da sucht er gar nicht rein sondern einfach mal hinten drauf gebolzt und das schöne ist der type 4 der lässt ihn aber eigentlich fach mal so in ruhe der interessiert sich für ihn hier gar nicht so jetzt muss er natürlich sich um den m103 kümmern der m103 schießt aber nur he deswegen bleibt er jetzt erst auf den type 4 drauf weil er denkt sich der m103 der m103 der macht schon nicht viel schaden das war jetzt aber mit ap so aber er bleibt hier weiterhin sehr gut auf den type drauf den m103 den lässt er einfach mal ein bisschen gewähren und der ist jetzt raus und jetzt hat der m103 wieder richtig schwer weil jetzt hat er auf einmal die übermacht gegen sich so und jetzt vorne in den boden joa kann man machen muss aber nicht sein so und jetzt sehr schöne m1011 rausgenommen und gleich wieder zurück ziehen dass er hier gar nicht so in den schuss richtung kommt und auch hier hat er wieder glück dass auch der chrysler einfach mal denkt he ist die stärkste munition auf dem panzer die nutze ich einfach mal oh sehr gut schön dem chrysler durchgebolzt 550 roll also das ist natürlich schon eine ordentliche womit die man hier auf dem russen spendiert bekommt und jetzt seitlich noch mal vorne drauf und da sogar mit 557 hat er alles klar gemacht so hier oben da stört noch der is 3 so ein bisschen aber mittlerweile 5000 damage das ist schon ordentlich und jetzt will der is 3 hier weg aber da dreht er ihm natürlich perfektes popöchen zu und da einfach drauf bolzen wenn man ihn nicht doof kettet klappt es auch so und jetzt entscheidet er sich dass er wieder richtung basic orientiert weil er sieht schon hoppala da oben der superpershing der zenturion und der löwe die waren da alle in dem anderen bereich mein team macht es hier schon gegen den 1 is 3 aber die basis die will ich irgendwie verteidigen also da ist er sehr schön dass er da auch ein auge drauf hat und da sieht er auch schon den löwen er selber ist scheinbar noch gar nicht offen jetzt ist er erst offen aber da kann er noch den schuss setzen wobei diesmal der roll mit 484 ja schon verhältnismäßig niedrig war weil wir haben ja ein schaden von 490 das heißt für seine verhältnisse mal ein richtig dicker low roll weil bisher hat er echt teilweise richtig krasse dinge rausgebolzt man sieht allein schon den 606er hit auf den type 4 da unten zum beispiel also das war schon sehr sehr ordentlich und jetzt ist das gegner team da am cap da muss er natürlich hin so da hat er jetzt den löwen ist auch der einzige der im cap ist ja da schießt er drüber aber er hat noch zeit noch 17 sekunden jetzt einfach ruhe bewahren den nächsten schuss ganz sicher platzieren 10 sekunden sind es noch so jetzt hat er zenturien ihn da auf den kicker zu den hat er die captain und da er hatte schon einiges an die cap oder am cap points angesammelt und jetzt kommt hier auch noch der super perching also jetzt hat er hier von jeder seite irgendwie bambule jetzt lässt er den erst mal da stehen und orientiert sich wieder richtung zenturien und jetzt sehr gut und er hat sich auch direkt so platziert dass der gegner ihn nicht treffen konnte und jetzt hat er da wirklich viel 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 zeit für den nächsten schuss und da kettet er ihn nur das ist der klassiker man hat alle zeit der welt schießt schön in die seite und dann will die granate einfach nur die kette ziehen jetzt ist er unter dem stein kommt da nicht mehr ran und jetzt kommt da sein team rumgedrückt und jetzt fährt er auch noch runter das ist da will man die hit points weg knabbern und dann haut der gegner da ab und jetzt wird es der 13 90 wahrscheinlich klar machen und genau so ist es und er hat nur zwei kills gemacht acht gegner aber beschädigt und hat 7000 damage gemacht also das war eine sehr schöne runde wo er wirklich auch mit köpfchen mitgespielt hat und zum richtigen zeitpunkt auch wieder zurückgefallen ist das war's von mir ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal euer alkaramba ja auch ja ja Vielen Dank.